Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 1. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein Dankeschön an alle die mir letzten Videos bewertet haben. Wir haben einen elektrischen Zaun. Und das Kraftwerk wieder läuft. Die komplizierte kommen trotzdem hin. Wohin nicht. Aber so ist halt die Welt. Vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlin. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Aber ist wie ein Freund. Ich will auch ein Hund. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich hab nichts gesagt. Ich bitte um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Die sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufmachen. Keine Eile. Sehr nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Dann fern. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Ist ihr fertig? Nur noch? Eile, Tommy! Okay, das war's. Fertig? Nach schon. Drück drauf. Das geht los. Okay, toll. Ja, mich wundert uns, dass die Glühbirnen nicht durchziehen. Also durchbrennen. Ich mein, nach 20 Jahren nicht mehr benutzt. Nichts gì? Ja. So. Wir müssen loswerden. abgehauen. Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Ich schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaube es. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einstelle. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung. Und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Sollen Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du bist zur Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Jetzt geht's los. Das ist ein Angriff. Dann los. Könnt ihr etwas sehen? Da sind sie. Los, schnell zur Brücke. Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch, bleibt nur. Sie sind hier, endlich versteck dich. Maria! Oh verdammt! Oh ne Axt, geil. Die nehmen wir mit. Die. Die. Die, nicht wahr? Ach als ob, als ob, auf einmal hat die KI so ein krankes Aim. Ist klar. Ach als ob, als ob, als ob, als ob, als ob, als ob. Als ob, nom, als ob, als ob, als ob, als ob, als ob, als ob. Allez auf! so gut dann gehen wir weiter auf los rinne da liegt da sonst irgendwo was rum ja genau das war das ja 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 Ich muss mit dir reden. Vergesst es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht. Maria sieht aus wie Tess. Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas, wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel. Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Wollang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf denen einander aufzuräumen. Okay. Sei vorsichtig. Ja, ruhig, ruhig. Ja. Das sind Spuren. Ja, das Video ist leider wieder vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns im nächsten Video. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.